ja halli hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy hier im Gemeinschaftsraum der Gryffindors gut gemacht kleiner Gryffindor jawohl genau und ich habe immer noch die Markierung gesetzt die gebe ich jetzt wieder weg vom letzten mal noch brauchen wir ja brauchen wir ja nicht denn heute geht es ab nach Hogsmeade und ich werde euch kurz zeigen dieses liebe nette örtchen wir haben jetzt ansteuern und werde hier einen ja eigentlich ich könnte aber gleich Moment machen wir es so vielleicht machen wir es vielleicht so dann gehe ich hier über Hogsmeade so rein geht ja auch ich kann sie machen wie ich will und starten wir so mal rein allerdings machen wir es anders machen wir es so und so und so und ja Moment da will ich ja so machen wir das dann gehen wir dass wir gleich mitten im Zentrum sind und in diese Richtung geht es den Weg dann nach Hogsmeade rauf so wie er sich gehört ja wie man auch in der Story gegangen sind ja aber da noch ohne Besen ich will Gas geben zweifellos schon lange verlassen also da wird es überhaupt nicht mehr hell aber jetzt muss ich wirklich einmal das gibt es ja nicht mehr was ist denn da los kurze wird es überhaupt nicht mehr Tag das ist ja unvorstellbar schauen wir noch einmal da runter geht es zum See wir gehen jetzt den Weg wie er sich gehört und da müssen wir genau rauf kommen dann auch hier eine schöne Aussicht Aussichtsplattform also Plattform ja ihr wisst Bescheid wisst ihr was ich meine dann nehmen wir weiter nach oben ja übrigens diese habt ihr auch wahrscheinlich schon gesehen auf der Map dann auf der diese diese Pfoten abdrücke das sind von diesen Fabelwesen von diesen Tierwesen ja Städten wo die wohnen wo die hausen ja und die kann ich dann später dann einsammeln ja das zeige ich euch dann alles dann später die kann man dann einsammeln die kann man dann auch züchten sogar ja da kann man dann im Haus der Wünsche mehr oder weniger kann man sich das Möbiliar ändern das kann man dann im ganzen also alles Sammleitem sind das die man in der ganzen Welt dann sammelt und mit denen kann man dann in dem Raum der Wünsche seinen Raum eben dekorieren ausstatten oder wird dann sogar vergrößert äh wir haben einen eigenen Hauselfen und da können wir dann auch Tränke brauen können wir äh äh unsere Pflanzen dann mehr oder weniger züchten und so weiter und so fort und unter anderem haben wir dann riesige große zusätzliche Bereiche äh da können dann die ganzen Tierwesen wenn man die einfängt äh dort ein neues Zuhause geben und eben auch kann man mit ihnen spielen man kann sie füttern man kann sie streicheln man kann sie sogar züchten ja und das zeige ich euch dann später alles ganz ganz tolle Sache und ich habe es auch geschafft dass ich alles brauche ich auch für ein Achievement äh alle Rassen alle was es gibt ja es gibt eigentlich 13 aber eine davon kann man nicht äh da gibt es nur eines ja immer ein Männchen und ein Weibchen zusammen und äh dann kann man züchten ja ist logisch irgendwie ne äh und genau und das habe ich auch alles geschafft und ich habe es jetzt so dass ich alle zwölf äh bei mir zu Hause habe ja und äh überall ein kleines ein junges auch dabei habe Wahnsinn ne so aber jetzt ab nach Hogsmeade und jetzt gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade ist das cool ist das cool oder ist das cool überall die Katzen übrigens die kann man auch streicheln aber die sind nicht nur da die sind auch im Schloss und überall aber das bringt nichts ich meine die gibt es in allen möglichen Farben und Facetten und Formen und ja aber das ist nur ich dachte wenn ich 100 streichle bekomme ich auch ein Achievement aber anscheinend doch nicht so ja ähm ich könnte jetzt in jedes in jedes Haus reingehen aber mache ich jetzt nicht aber da seht ihr nur einen kurzen Überblick da haben wir die Fachbuche am besten wenn ihr genug Geld habt kauft ihr alles ich habe alle Läden ausgekauft ja ja alles was es gibt irgendwie habe ich gekauft ja und ja hier haben wir welcher Schriftrollen wir können ja mal die wichtigsten können wir mal anschauen ist das eh schon da sind normale Räume natürlich jetzt auch hier äh allerdings kommt man auch wie es äh wie es auch ja das war das genau wie es auch habe ich auch schon geholt da ist nämlich ein Secret gewesen Secret versteckt und auch kann man hier hinter ihm gehen und hier in diesem Raum da ist auch so eine Augenkiste wieder das mit dem Magin das schauen wir uns alles das nächste Mal an und da lag oben auch noch was da konnte man dann so rüber gehen also nur für alle alle Erstlinge die was das nicht wissen da ist eine Kiste versteckt ja und da muss man eben dieses eine Buch dann mit diesem interagieren und dann kommt man da dann rauf ja bei ihm kann man diese Schriftrollen kaufen und die sind auch ganz wichtig denn da kann man dann im Haus der Wünsche das zeige ich euch dann später ähm so Töpfe kaufen zum Blumenpflanzen oder große Zaubertrank ähm ja Gerätschaften sage ich mal und so weiter und so fort ich habe alles gekauft und daran hat jetzt glaube ich nichts mehr in seinem Inventarset er hat nichts mehr weil ich alles habe aber das ist ja gar nicht so billig also muss man schon am Anfang ein bisschen sparen so dann gegenüber das ist Brauerei auch so ein Topf Dingsbums da aber ja das war jetzt glaube ich nur so da war jetzt glaube ich gar kein Quest glaube ich verbunden mit dem ja keine Ahnung äh wie gesagt die wichtigsten Zonkos ganz eine wichtige Sache Zonko also der ist da oben erst was ist das überhaupt ist das auch was wichtiges schauen wir mal ah ja genau das bei dem habe ich ähm die Ausbaustufen für den Besen gelernt ja der hat mir immer eine Ausbaustufe dann gegeben ich musste in Quest dann immer fliegen ja um die Bestzeit schlagen von der immer vom jeweiligen Champion und dann hat er mehr oder weniger so Studien darüber gemacht und dann konnte ich ihm meine Bestleistung sagen und dann hat er mir meinen Besen verbessert ja und das ganze dreimal und jetzt habe ich die beste Ausbaustufe ja und das war bei ihm ne und er ist mir ja der Besenverkäufer kann man übrigens glaube ich einen Besen auch kaufen aber alle anderen bekommen dann so in Quest beziehungsweise bei Händlern oder so habe ich auch alle zeige ich euch dann ganz am Schluss alles meine ganze Sammlung schauen wir uns alles dann ganz am Schluss wie ihr es gewohnt seid von mir beste Qualität auf meinem Kanal genau so ja die drei Besen ja der ganz bekannte das ganz bekannte Gasthaus hat auch sogar drei Etagen drei Stockwerke brauche ich jetzt aber nicht drauf gehen alles ähm wo ist denn die Chefin ist die überhaupt da sehe ich gerade gar nicht ist außer Haus Selbstbedienung oder ist die Opa unterwegs das ist nämlich cool das gefällt mir irgendwie weil die hat eine Männerstimme also die hat sich an wie ein Mann ihre Stimme aber anscheinend bedient die gerade wo oder ich habe keine Ahnung wieso der nicht da ist jetzt gehe ich erst drauf keine Ahnung wo der ist oder ist da in ihrem Gemach ist sie in ihrem Gemach ich glaube die schlaft gar oder was anscheinend doch nicht unten total volles reges Treiben und die liegt um vielleicht und schnarcht sie anher das kann es ja nicht sein aber dem war eh nicht so so gut dann waren das die drei Besen also immer wieder ein guter Einkehrschwung um ein Butterbier zu trinken so dann gehen wir wieder raus musste man übrigens auch ein paar Mal her von überquests ja ganz ein wichtiger Ollivander ja gab es damals auch schon ja allerdings war das nicht der Ollivander von Harry Potter das war sein Ururgroßvater oder so keine Ahnung Ururgroßvater oder Urgroßvater Großvater geht sich glaube ich normal nicht aus ganz aber wie gesagt ja auch ganz wichtig dann in der Story brauchen wir nicht näher drauf eingehen jo dann schauen wir da mal runter ähm also da bin ich gekommen ich Vogel so was haben wir noch wichtiges da könnten wir da jetzt mal gehen Pinkel und Pletsch was war da keine Ahnung was das war was war das wieder na was jetzt gar nicht niemand zu Hause außerdem keine Ahnung ja ihr seht es Wahnsinn auch da was Zonkos ja also das ist ein Zauber Spielzeug und so weiter ja die ganzen Knallfrösche und so weiter und so fort hat es damals auch schon gegeben jetzt kann man auch interagieren mit dem ganzen kommt der nicht weiter raus ah der hat eine Bombe raus hast du gesehen der Freak der Kasperlfreak hat eine Bombe rausgehauen das gefällt ihm ok ja und die ganzen Knallpompons und das kann man auch alles da ausprobieren ach wie schön ist das lieb ja also Spielerei auch ja und so weiter und so fort richtig coole Sachen gibt es da Zonkos Scherzartikel glaube ich oder so wie ok please don't push so was haben wir da boah ja na gut kann man da gleich raus auch auf der oberen Etage kann man wieder aussteigen so dann ja Honigtopf also der Honigtopf da will ich hin Honigtopf geht es in diese Richtung da vorne ja das war auch die Post ja genau die Post von Hogsmeade da war ich auch am Anfang drinnen Postabteilung die Post bringt allen was wisst ihr Bescheid ne so da ist auch noch ein ganz bekanntes der Honigtopf da gibt es nämlich die ganzen Süßigkeiten jetzt wow es ist das Wahnsinn schon cool da gibt es so viel zum entdecken also unvorstellbar ne und auch diese Türen alle da die sind am Anfang alle noch verschlossen die kann man gar nicht setzen und da kann man auch schau Levitation ne cool ne coole Scheiße hey ist das eine gar nicht auch da gab es doch einen wo oder war das achso das ist normale Kuchen und so das kann man auch alles nehmen essen da kann man später dann auch über diese Tür dann reinkommen das war ein Geheimweg musste man aber in einer Story auch machen in irgendeinem was war das oh wow und eines gab es noch ich weiß nicht ob das Tauch ist wo es aus den Ohren raus pfeift ne das fand ich in irgendeinem Privathaus einmal sagen wir Zuckerwatte machen es da da gibt es schon tolle Sachen ne aber schade das eine finde ich jetzt nicht in irgendeinem Privathaus habe ich das einmal gesehen da pfeift 2000 Ohr raus ist das das war das das auch cool das war der Elefant zeig mir den Elefanten zeig mir den Elefanten in dir ich weiß noch mal ich weiß noch mal ich darf vielleicht nicht ich schau noch mal schauen wir da oben noch rauf da noch was ja das ist so zum futtern njam 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 lauter gute Sachen jo ähm ja sei's drum egal in irgendeinem Privathaus sag ich das da pfeift 2000 Ohr raus was war das das habe ich schon ausprobiert das war das ja okay egal gut dann geht es wieder raus äh was haben wir da äh was war das was war das ah das war der Teeladen genau der Teeladen war das wie gesagt 100.000 äh Geschäfte wo man reingehen kann und äh ja in der Story musste man da auch ein paar mal her derbischen Bangles das war auch ähm genau hier kann man Wäsche kaufen ja hier kann man Wäsche kaufen und so weiter und so fort kann man auch interagieren ja also alles was das Herz begehrt kann man da kann man da machen und dann später im im Spiel allerdings ist das glaube ich ich muss mich mal kurz hier wieder orientieren ähm ja da war es da waren wir schon das war der mit Sportbedarf das war also die Besen Oli Wenda da haben wir angefangen ja da drüben da gehen wir dann hin ähm das war Zonko Scherzartikel laden die drei Besen waren wir auch schon ja da können wir zum Kaufeur gehen wo sind wir denn überhaupt äh da sind wir ja genau da waren wir gerade ähm da kommen wir noch rein da ist Madame Snelling das ist eine ein Kaufeur ein Kaufeur oder ein Friseur hm ich gebe dir einen Umweg ne so dann war das hier genau da könnte man sich ummodeln lassen ja wenn man sich eine neue Frisur verpassen lassen will oder je nachdem äh könnte man da bei ihr machen ja das könnte man auch gegen einen kleinen Obolos tolle Sache auch ne so was haben wir in der Innenstadt noch nicht gesehen was haben wir wichtiges in der Innenstadt noch nicht gesehen da vorne ja Schnabel und Brut ähm das ist äh dann später für die Tiere wenn ich dann die Tierwesen habe und zu viele habe also zu viele äh manche nicht mehr braucht kann ich die auch äh verkaufen ja dass ich mein Inventar wieder ein bisschen frei kriege äh kann man machen zeige ich euch auch gleich das ist glaube ich das letzte Geschäft da oben genau da kann man die ganzen voll süß ich habe alle bei mir zu Hause ich will noch gar nicht alles herzeigen und bei der könnte man dann die ganzen Tiere verkaufen wie so ein Tierheim so äh was haben wir noch nicht ähm da herüben haben wir noch einen Platz von Hoxmed ja das Liebe und Söhne das war das Teehaus der Honigtopf das war das mit den Süßigkeiten haben wir auch gesehen ja da herüben da waren wir noch nicht das mache ich gleich mit Schnellreise jetzt der Flohflamme der Flohflamme schimpft sich die Schnellreisepunkte reisen wir dort schnell hin und äh genau da bin ich nämlich immer hundertmal glaube ich also das war meine meine Flohflamme die ich glaube ich hundertmal oder zweihundertmal im Spiel gemacht habe denn das ist der schnellste Weg hier zum Verkäufer ja der nächste Verkäufer ja der verkauft Zaubertränke ja aber ich bin nicht zu ihm wegen die Zaubertränke sondern einfach zum Verkaufen ja denn verkaufen kann man bei jedem alles ja und äh das musste ich am Anfang vor allem oft machen äh dass ich wieder ein bisschen einen freien Platz in meinem Inventar bekam ja denn wie gesagt am Anfang hat man nur 20 freie Plätze und äh von den Merlins Aufgaben äh die man in der ganzen Welt dann macht äh bekommt man dann immer mehr und mehr äh Plätze dann darum ist es ganz wichtig auch dass man diese Merlin Aufgaben macht genau also der verkauft Zaubertränke und solche Sachen ja äh dann geht es hier weiter äh die magische Rübe da gehen wir gleich hin äh bei dem ist so der wups beziehungsweise warte Moment ich gehe noch vorher ich gehe noch vorher zum Eberkopf ich ich gehe noch vorher kurz zum Eberkopf äh denn es gibt hier noch ein zweites Gasthaus ja also ich würde mal sagen die drei Besen das ist eher so das ja das schöne lokal ja und ähm der Eberkopf das ist mehr so das Ockfakte sag ich mal ja das ist der Eberkopf schaut bitte da auf die Wand gleich mal ich kann hier nicht als Zielscheibe enden boah der Eberkopf ja total abgefucktes Lokal ne und hier hängt einer an der Wand ja ein Gemälde das war auch eine eine Nebenaufgabe ja da konnte ich mich entscheiden ob ich ihn hierher hänge oder oder es entweder eben hier in den Eberkopf oder in die drei Besen ja dort wollte er übrigens auch hin oder ich hab gesagt ich verbrenne dich gleich ne es war ein ziemlicher Freak ja ich will den Typen überhaupt nicht darum hab ich ihn daher gebracht und der ist mir bis heute ja ist der Sau auf mich seht's genau deswegen hab ich ihn hierher gehängt so gut ja dann geht's dann rauf noch so leicht außerhalb vom Ort hab ich gesagt es gibt ja auch so viele Sachen zum entdecken zum finden übrigens hab ich hier ähm über eine Quest ja aber die Quest kann man nur machen äh wenn man wie ich den äh die äh Special Edition hat ja äh da hab ich äh zusätzlich ein eine äh eine Mission dann äh machen können wo ich dann äh einen eigenen Laden aufgemacht hab ja ich hab hier ein eigenes Geschäft den hab ich ja noch gar nicht gezeigt ja bist du dir vorstellen ja ich hab einen eigenen Laden hier in Hogsmeade äh und einen eigenen Hauselfen ja und da kann ich mir meine eigenen Waren verkaufen ja ja genau so schaut's nämlich aus und der coole Quest da gab's da auch noch obendrein aber ich glaub das gab's eben nur äh weil ich hier die die Special Edition hatte oder Special Edition oder Vorbesteller ich weiß nicht wie das hieß da gab's ein paar Sachen auch diese äh schwarze dunkle Künste Umhang und äh Set halt komplette aber schauen wir uns dann später alles an in der Sammlung äh ja also da geht's auch rauf da gibt's zum zum Friedhof ja da rauf und da rauf da ist Friedhof ja da geht's auch in diese eine Gruff darunter äh gab's auch in einer Quest musste man dorthin ja und noch ein Stück runter da war die ganzen Kürbisse liegen da ist der nächste Händler und der verkauft jetzt keine Zaubertränke sondern der verkauft Ressourcen für Zaubertränke die was man braucht ja und zwar sieht's eh hier das ganze Greilzugs und so ja und das konnte man sich am Anfang äh dann im Kröterkunde äh in der im Kröterkunde Zimmer äh bei der Madame da äh selber machen ja da bekam man eine kleine äh so eine Arbeitsplatte zur Verfügung aber dann später im Raum der Wünsche haben wir uns dann alles gekauft und da konnte man dann in Ruhe selber alles dann machen ja ganz toll ich habe gehört dass sie mit Clementine Schmetterlinge durch den ganzen Wann niemand würde behaupten meine Regale wären leer genau äh jo äh dann geht's da noch ganz rauf zum da da brauchen wir jetzt gar nicht hingehen das ist ein verlassenes Haus der alte Narr ja schimpft sich das ist eine verlassene Hütte so ein bisschen eine spooky Geschichte überhaupt in der Nacht wirkt das ein bisschen gespenstisch und da oben äh ist auch noch äh wasserwegerich und Knollenblätterpilz da da gibt's auch äh ist auch ein Geschäft da kann man auch so jo pflanzen solche Sachen dann kaufen ja auch ganz tolle Sache jo äh ich will noch ganz kurz da hinunter ja nämlich hier da 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 dahin wo der Schlüssel das Schlüsselsymbol ist denn das ist nämlich meine Hütte ja das gehört mir habe ich erworben ja und die gehört mir mitsamt den Haushelf genau da brauche ich mich nur umdrehen und wir sind schon da und das Stitches and Rocks ja also da konnte ich mich sogar entscheiden wie ich dann dieses diese Lokalität dann taufe und da ist mein lieber Hauself also äh Elfin wenn ich's find wo ist denn da ist ist lieb hallo Penny die Penny hat sogar die die nein hat's nicht hat's so ausgeschaut momentan hallo ich rede mal mit ihr sie ist auch schon ein bisschen ins Alter gekommen aber da ist mir erzeugst aber ja ist wurscht ich habe eh 21.000 das ist Wahnsinn jedenfalls die äh und den Hut den habe ich hier gegeben ja äh das ist übrigens ein 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 Schlappohrelf ja es gibt Spitzohrelfen und Schlappohrelfen sie ist ein Schlappohrelf so Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise danke und da geht's rein und über diese Truhe ja da geht eine Leiter runter und da musste ich eine extrem coole Mission machen ja eine spooky Mission also wirklich das war wirklich boah echt gruselig ja will ich beinahe fast schon sagen und ich glaube das kann man nur machen dieses Special Geschichte äh wenn man diese äh ja Vorbesteller äh Special Limited äh Edition von Hogwarts Legacy hat ja genau jo äh dann haben wir eigentlich Hox mit einmal so grob grob aber wirklich nur grob denn hier seht's zum Beispiel hier da ist ein ein da geht's runter in einen Keller wo hinter einem Haus in Lolleskeller das war eine Aufgabe eine Mission da auch saß Schwinderinnen versteckt da musste ich auch eine Mission machen also ich kam hier relativ oft her ja und musste so einiges machen ja auch da oben äh beim Friedhof das ist jetzt nicht mehr da da irgendwo beim Friedhof was ich euch gezeigt hab da musste ich auch in die Gruft runter war auch eine Mission und so weiter und so fort also man muss hier wirklich sehr viel Sachen machen da kommt man oft her also ganz ganz tolle Sache auch jo das war's mit Hox mit so das nächste Mal ähm überlege ich was ich da mache mit euch äh ich habe vor vielleicht einmal ein bisschen Gameplay mit euch zu machen wir werden uns ein paar äh Gegner holen ja ich werde ein paar in ein paar Gegner äh Verstecke reisen vielleicht von Spinnen beziehungsweise Trolle oder ähm ich muss mal mal anschauen irgendwelche stärkere Gegner werde ich mal aussuchen und dann werde ich einmal ein bisschen äh euch äh alles zeigen was ich äh wie ich so kämpfe und unter anderem auch ähm mit ähm ja unverzeihlichen äh Magien auch genau weil ich ein ganz ein harter bin gut in diesem Sinne sage ich wieder Dankeschön äh fürs Zusehen fürs Zuhören und dann hoffe ich seid das nächste Mal wieder dabei wenn wir so ein bisschen äh so grob einmal äh über Hogwarts Legacy sprechen und ja dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal macht's gut und Ciao